Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend hier beim Pete-Stream. Wir wurden von Dalo geradet? Wann wurden wir denn von Dalo geradet? Yo, vor fünf Minuten, kurz bevor wir live gegangen sind, glaube ich. Oder direkt dann dazu. Hallo an alle, die von Dalo rübergekommen sind. Schön, dass ihr da wart. Hallo, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da seid. Echt schön, dass ihr da wart. Wir werden heute eine Quest angehen, lieber Chat, die heißt Supply Plans. Auf jeden Fall müssen wir dafür auf Woods. Und wenn wir sowieso auf Woods sind, auf Schniedel Woods, kann ich auch noch gleichzeitig versuchen, eine andere Quest zu machen, nämlich Survivalist Path Tough Guy, wo ich drei Scavs in einem Raid zerstören muss, ohne auch nur ein bisschen Medizin zu nutzen. Dann nehme ich dir hier erstmal den dritten weg. Was ist widerlich, Ray-Style? Ein Spiegelbild? Uuuuh! Okay, Jules, jetzt nicht aufregend sein. Nicht aufregend sein? Äh, nicht aufgeregt sein, so. So, was haben wir denn hier noch Schönes? So, ne, da ist nichts. Wie konnte das daneben gehen? Ich habe ihn gemacht. Okay. Mein Problem ist nur, ich fürchte, ich muss Medizin benutzen. Was ist Scav? Ja. Sieht der eigentlich aus? Scav von hinten? Ja. Den mache ich jetzt natürlich Rundshot. Oh, noch ein Scav irgendwo? Ja, läuft oben an dem Gebäude rum. Direkt hinter dir, Feder? Ja. Sehen aber nicht. Sehen aber auch nicht. Da ist er. Sehr gut. Alter, wo ist denn der Scheiß Scav? Das gibt's doch nicht. Sieht aber auch nix totes hier. Hey, ich hab dir die irgendwo gekillt. Sicher, dass du ihn erschossen hast? Ja, hundertprozentig. Sicher, dass du ein Gegner war? Vielleicht bist du einfach ausgerutscht. Er ist weg! Ich schwör's auf meine Mutter. Du musst was sagen, mittlerweile kommt mir die Geschichte sehr fishy vor. Ein paar Scavs hast du getötet, sagst du. Wir finden nicht mal einen davon. Ja, Chad hat das gesehen. Chad, habt ihr einen Twitch-Clip gemacht von dem einen Scav, den ich gesehen habe? Wir wissen, wo der liegt. Das waren wahrscheinlich doch nur zwei, war? Insgesamt. Und ich hab einen gemacht. Chad, der fickt euch. Zumindest gibt's da jetzt. Da war kein Scav, oder? Ich hab da jetzt auch keinen gesehen. Hast du zweimal in die Luft geschossen und ich einmal an den Fuß getroffen? Ja, ich hab mir auch selber meinen eigenen Arm weggeballert. Den ich übrigens noch fett mir gerade ein finden muss. Was geht ab? Gerade Schniedelwutz. Oh, richtig schniedelwutz. Ich hab da direkt beim allerersten Scav. Also der hat irgendwie einfach angefangen zu bluten, ist eigentlich die true story. Achso, hast du gerade gemerkt. Das war ja dann doch auf einmal. Ich hab einen Scav gekillt und den ich wiedergefunden und der hat mich angeschossen. Ich muss mich verarzten, obwohl ich Scav killen muss, ohne mich zu verarzten. Alter, dieser böse Scav. Oh nein. War das schreckliche Quest. Das ist ja genau der Punkt, da war ja niemand, Chad. Ja, ich hab gleich aber nicht wiedergefunden. Und jetzt zweifeln die alle an, da ich überhaupt gar keinen Scav gesehen habe. Also komischerweise gibt's auch keinen Clip davon, um das mal kurz festzuhalten. Ja, gibt keinen Clip. Ja, kann ich aber nachher noch machen. Und der Chat hat gesagt, nein. Nehmt Essen und Trinken mit, falls ihr findet. Wir haben ja einen relativ weiten Weg. Drei Schuss hab ich noch. Scheiße, du brauchst auch die Mosin-Schüsse, ne? Ne, das ist ja genau der Punkt. Die Mosin-Schüsse hab ich ja dabei, aber ich hab ja die WPO mitgenommen, die Knub-Knarre. Da haben wir aber gerne mal Scavs-Schüsse auch für. Aber die bisher nicht wahrscheinlich. Bisher noch nicht. Da hätten wir mal den einen gefunden, den ich gekillt hab. Welchen? Du hast doch einen gekillt und den auch gelootet. Genau, nochmal den anderen gefunden. Welchen anderen? Ich hab's für mich gemobbt. Also ich hab's selbst nicht gesehen, weil ich halt nicht in der Nähe war und der Chat sagte, nein. Also ich hab's euch machen, Peter. Mir glauben. Aha, aber es sind 4000 Leute, die sagen, du hast keinen Nächsten. Ich hab nicht so viele Chat-Larer, ich hab's nicht gesehen. Ich glaub, die paar haben für alle gesprochen. Okay, das ist bis sofort. Oh, hallo. Scheiße, ich hab daneben geschlossen. Armin. Ich find, Peter hat seinen Kopf so weit nach vorne gelehnt, damit er alles sieht. Oh no! Mann, wo? Wo ist meine Rückendeckung? Ja, komm, weißt du. Ich nimm dich einfach an, hier. Während der vor mir steht. Okay, ich bin tot. Peter, woher bekommt man den Gesichtsrechen? Aber ein Geschenk. Wie alle immer voll geil sind auf die geilen kleinen Sachen, die ich habe. Gesichtsrechen? Find ich auch gut. Boah, der Name. Scheiße, ich bin drin. Kurzer Spiel wechseln. Was hast du denn sonst gespielt? Oxygen not included, glaube ich, im Hintergrund. Find ich das. Peter, was? Was musst du genau machen? Ich muss so einen Folder aus einem der Cabins holen. Ich renne jetzt zu dieser Cabin. Ihr seid alle in Position, um mich zu decken. Boah, ich bin so weit in Position. Nein, auf gar keinen Fall. Da läuft einander, Cabin. Jo. Hat auf mich geschossen. Wer hat das? Schießt auf mich. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das ernst ist oder nicht. Nein, das ist nicht ernst. Ich glaube, er schiebt wirklich auf eins. Okay, ich komme. Ich bin da, ich bin da. Wer ist die zwischen den Cabins? Der ist der Hinter. Der, der draußen ist. Ja, der, der draußen ist. Ein Kill, danke schön. Du bist ein Toter. Alter, Peter, das war leider nicht, ähm, ich sag mal, intens genug, als, also, Nein, das habe ich auch noch gar nicht verstanden. Ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Okay. Einer ist schon ganz nah am Rand, aber ich glaube, das ist Sepp oder, äh, obendrauf ist er. Wo ist obendrauf? Das muss spezifischer sein. Oh, der looted gerade. Mehrere Tür. Mit einem roten Container? Ja, blauer Container vor mir. Ich gehe mal nicht rein. Oh, shit, meine Granaten war richtig Müll. Aber nur eine Flash. Ich habe direkt getötet, halt. Hab ihn. Hab ihn getötet. Oh, is there a scav around? Hello? Hello? Is there a scav around? Direkt einen Headshot geben, Alter. Hallo? Please no Granat, UN. Please no Granat. Please don't. Do not. Ah, ich komme eigentlich hier so eine Scheiße. Dumm gelaufen. Ja, hier, fuck you all. Ah, das ist doch leise. Äh, leise, genau. Leise, leise. Und Hans, ui. Das ist sehr leise. Wieso läuft hier draußen denn keiner rum, ey? Da sind wir alle unten im Bunker. Wir sind mit fünf Leuten gejoinnt. Bram, so. Ja, bevor cool bin jetzt irgendeiner hier... Aber ein Scav müsste da eigentlich immer rumhängen. LKW-Plays rumläuft oder so. Können wir wirklich snipern. Oh, no. Ah, ich glaube, ich bin tot. Ne, lebe noch, lebe noch. Kennst du den Scav da die ganze Zeit, Jules? Ich sehe ihn leider, muss verrecken. Sonst würde ich einen Super-Gambo kämpfen. Ja, da direkt noch. Ja, bin ich ja. Achso, okay. Okay, bin durchgeheilt. Sehr gut, Jules. Ah, die dumme Saus hier immer noch. Oh nein, ich bin nicht mehr durchgeheilt. Was? Aber ich krieg den schon. Ich hoffe, ich versuche, dem auch zu helfen. Jules, wo bist denn du? Äh, hier. Wir haben ihn auch nicht in Parsec. Das bin ich. Ja, das würde halt helfen, wenn er in Parsec wäre. Das war dumm. Ja, ist er. Das ist tot. Jawohl, nice. Okay. Ja, ich komme zu euch, dann können wir extracten, weil dann schaffen wir vielleicht noch einen Raid und dann kann ich die Crash machen. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Ich bin hier. Okay. Ich hatte Angst. Das war keiner. Er ist tot. Nice. Wir hatten dann noch 30 Sekunden später einen. Jules hat sich gedacht, Mensch, der lebt noch. Wir haben ja alle die Türen zu. Wer ist da rechts lang gelaufen? Echt ein Lootgeier. Irgendjemand will da looten. Wer läuft da oben lang? Ich lauf hier oben lang. Bin ich hier falsch oder was? Warum? Warum folgst du uns nicht, Jules? Ich dachte, der geht's weiter. Der ist links reingelaufen. Jules wollte nur seine gierigen Glutfinger mal ausstehen. Nein. Oh Mann. So, hier durch die Tür. Der eine, der noch mit spiel ist unten. Na, wo bist du? Kommst du ja bei? Alter, wenn die Leute diese fünf Menschen sehen, so aus der Ferne. Ja, dann denken die sich eine Granate. Let's go. Da hinten auf der Straße lief gerade einer lang. Nee, hab ich auch gesehen. Ernsthaft? Ja, ja, ja. Hab ich auch gesehen. In welche Richtung lief denn der? Na oben. Ja, Richtung Straße oben. Ach, oben? Ja, nach oben. Das ist schlecht. Oh, hier fiel eine Granate in unsere Richtung. Das war die Nates. Du kannst doch nicht von Jules verlangen, dass der dort alles richtig macht, wenn du dir die ganze Zeit überhaupt trollen willst. Wieso wirfst du einfach Nates? Hat das einen Vorteil? Stärke-Skill. Ah ja. Stärke-Skill machst du im Gym. Wirklich. Ich glaube, sein Grund ist Troll. Da ist er. Ist drin. Ernsthaft? Ernsthaft. Unabhängig. Recht oder linke? In dem Raum, in dem Eckraum. Bisschen getroffen habe ich jeden. Linke Seite. Linke Seite von der Tür jetzt. Fenster oder Tür? Die Nates werden geworfen. Im linken Raum, ne? Da ist ein Nate drin. Der ist da. Genau, genau, genau. Ich gucke. Oh, da ist noch einer. Hab ihn. Auch tot. Da ist noch einer weggerannt. Ich bin, nein, ich bin das. Ach, sorry. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin den umverkurvt. Alter. Oder der Loot. Ja, fuck. Der eine war ein Runner. Wer hat den hier gekillt? Den hab ich gekillt. Den hab ich gekillt. Das glaubst du. Das hat nämlich Sepp gekillt, genau. Oh, scheiße. Wo sehe ich das denn? Alter, Jules, ey. Du bist so ein Absecker. Nein, ich dachte, ich hätte gekillt. Ich dachte, also sieht man das denn? Wo sieht man das denn in dem Game? Ja, natürlich sieht man das, wenn die Granate da reinfliegt und der da von in die Luft fliegt. Achso, nee. Ich meinte den anderen. Den hast du auch gekillt, Sepp. Ah, nice. Das war doch noch schön. Das war lustig. Wann war Reserv laufen, das ist halt auch richtig crazy. Ich gehe jetzt schiffen. Ihr könnt noch den Chat unterhalten oder tschüss sagen. Ich gehe auf jeden Fall schiffen. Ich unterhalte den Chat nicht mehr. Ich habe da keinen Bock. Der ist... Ich habe da keinen Bock. Vielen Dank.